Die für mich persönlich verwirrendste Kategorie von Flirtversuch von Männern ist folgende. Schreibt mir jemand, dass ich mich nicht schämen muss dafür, wie ich aussehe, wie ich bin. Muss ich mich nicht schämen für. Und falls ihr euch fragt, ob ich davor irgendwie auf Instagram thematisiert hätte, dass ich mich für mich schämen würde, ne, habe ich nicht drüber gesprochen. Aber er hat offensichtlich mein Profil gesehen und meine Fresse und dachte, naja, sie wird sich schon schämen. Also sie hat ja zwei Augen im Kopf, sie wird sich ja schämen. Aber ich habe eine Lösung. Ich sage ihr einfach, dass sie sich nicht schämen muss. Weil ihr Selbstwertgefühl wird offensichtlich so klein sein, dass sie auf die Zuneigung und Anerkennung von einem wildfremden Mann im Internet angewiesen ist. Ich habe sehr oft über Frauen, die sagen, I can fix him. Das sind I can fix her Männer. Das sind Männer, die glauben, ich habe Zaubersperma und einen Zauberpenis. Und eine Frau, die sich selbst hasst, das sehe ich ihr ja an, weil mit der Fresse würde ich mich auch schämen. Die kann ich gesund bumsen. Wieder. Wenn sie mir nur antworten würde. Naja, und wir wären jetzt fest zusammen, würde ich mich für mich selber schämen, weil dann könnte er mich ja heilen. Wenn ihr das Video jetzt seht und denkt, es ist irgendwie ganz schön peinlich, Sophie, ich muss mich nicht für mich selber schämen. Ne, muss ich nicht. Weil ich habe jetzt einen Mann, der mich gut findet. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020